Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon HeartGold Und wie ihr vielleicht bemerkt, sind wir leider alleine, ja Flui is forever alone, nein, kann ich hören, war nur ein Spaß Ja, warum bin ich alleine, weil ich habe ja eigentlich angekündigt, dass ich höchstwahrscheinlich mit einem anderen Let's Play hier auftauchen würde Weil es sind ja hier einige Routen, die wir erkunden müssen und da gibt es ja einige Trainer Und das könnte durchaus langweilig werden und das wird es wahrscheinlich auch Und da hatte ich ja angekündigt, dass ich das wie immer mit einem anderen Let's Player besprechen möchte Aber, ja, daraus wurde nichts, warum wurde daraus nichts, kann ich kurz erklären Und zwar nehme ich das gerade am 24.11. auf Und wie vielleicht viele wissen, gehe ich noch zur Schule Also, was heißt zur Schule, es ist eigentlich eine Fachoberschule jedenfalls Und da muss ich natürlich viel lernen und für die Schule machen Deswegen kann ich... Boah, diese nervigen Scheißnummern, Alter Kann man das nicht irgendwie ausstellen, dass die Leute einen nicht mehr fragen? Das nervt Und jedenfalls muss ich natürlich viel lernen und viel für die Schule machen Und deswegen kann ich auch nicht so viel hochladen am Tag Auch wenn ich natürlich gerne mehr hochladen würde pro Tag Aber, ja, dadurch, dass es halt schulestechnisch da was ist Ist das natürlich halt bei mir schwierig Ich bin natürlich da nicht die einzigste Person auf YouTube, die in die Schule muss Beziehungsweise auch arbeiten muss Es gibt natürlich viele... Eigentlich die meisten Leute müssen in die Schule oder arbeiten Und für sie ist YouTube halt einfach nur... Ja, etwas nebenher und dieser Ölschlag nervt Wahrscheinlich bin ich jetzt auch noch verwirrt, oder? Nein, oh, gut sei Dank nicht Und genau deswegen kann ich auch nicht mit anderen Leuten so viel aufnehmen Weil die halt wenig zu tun haben Vor allem jetzt Einige sind ja zum Beispiel auch noch in der Schule Beziehungsweise auch gemacht und sowas Für eine Fachoberschule sind Beziehungsweise auch auf dem Gymnasium Und jetzt ist halt vor allem diese Zeit gekommen Wo halt die Lehrer richtig Druck machen Das ist bei mir auch so Alle wollen plötzlich Klassenarbeiten Schreiben, Klassenarbeiten, Klassenarbeiten Test, Test, Test Und dann hast du noch mit Real Life einiges zu tun Weil es ist jetzt Winterzeit Und dann hast du auch noch Privates zu tun Wegen Weihnachtsvorbereitung Es ist halt einfach zur Zeit Relativ nervig im Real Life zu sein Diese Zeit jetzt im Ende November Also Mitte, Ende November Denn jetzt im Dezember rein Ist halt wirklich schlimm Bis zu den Ferien Zum Beispiel bei mir sind das erst ab dem 17. Dezember Da kann ich dann auch wirklich entspannen Und ausspannen Und endlich mal chillen Aber das ist halt noch wirklich vier Wochen hin Und das geht halt bei den anderen auch so Dass die wirklich noch richtig ran klotzen müssen Und deswegen gibt es halt einfach zur Zeit Keine Möglichkeit mit anderen Let's Playern Irgendwas aufzunehmen Und genau so ist es halt dieses Mal Man müsste sich halt zwei Stunden zusammensetzen Man müsste sich einen Termin ausmachen Weil man denn Zeit hätte Und das ist halt zur Zeit wirklich das große Problem Niemand hat wirklich großartig Zeit Weil halt einfach zur Zeit zu viel Stuff ist Und dann haben manche ja auch noch einen YouTube Channel Beziehungsweise haben noch andere Sachen zu tun Und genau das ist der Grund Und warum ich zur Zeit nicht mit anderen Let's Playern aufnehmen kann Weil die halt alle gerade anderswertig beschäftigt sind Und logischerweise dann natürlich keine Zeit haben Für mich Ich sag mal am Wochenende ist zwar da auch noch ein bisschen Zeit Aber dadurch dass ich vor kurzem vier Tagen im Urlaub war Und das ging auch noch ein bisschen ins Wochenende rein Also wenn ich jetzt gerade so ein bisschen vom Sprach her ein bisschen anders sein sollte Liegt das einfach daran Dass ich seit einer Woche nichts mehr aufnehmen konnte Weil ich halt einfach nicht da war Das heißt ich musste vorbereiten für den Urlaub Und den musste ich noch hochladen Und während der Zeit konnte ich natürlich auch nicht Let's Playen Und das ist jetzt auch gerade mein allererstes Video Was ich wieder aufnehme Nach mehr als einer Woche nicht aufnehmen Und dann kommt man natürlich aus dem Rhythmus raus Weil eigentlich bin ich ja doch Habe ich mich in den letzten Jahren doch klar verbessert Weil ich halt das Regelmäßig mache das Let's Playen Und ja wenn man es regelmäßig macht Dann ist man auch wirklich drin im Let's Playen Und kann auch so flüssig reden wie ich manchmal Okay ist natürlich nicht immer so Aber es ist halt meistens so Ich kann mich zwar da auch öfters aufregen Aber sollte ich mich wirklich hier ein bisschen am Anfang Noch ein bisschen wummisch anhören Liegt das halt einfach daran Dass ich auch mal im Rhythmus draußen bin Und oi das geht doch einen auf den Sack Wenn ständig die Pokémon kommen Also das muss ich euch kurz mal sagen Und das nervt mich ein bisschen Wie bei Pokémon Hardcore Dass die ständig nach Nummern fragen Also das ist ja jeder zweite Trainer Ich nach einer Nummer fragen will Das geht mich schon ein bisschen auf den Keks Schutz ist Quatsch Aber ja Das Problem ist Das ist ja auch gerade Ja Giga gar nicht trainieren kann Weil einfach keine Pokémon für einen auftauchen Ich hole jetzt einfach mal irgendwo nach vorne Ja und genau deswegen kann ich halt Zurzeit auch mich mit anderen Let's Playern aufnehmen Also wie gesagt Wenn ich mich komisch anhören sollte Liegt halt einfach daran Dass ich gerade aus meinem Rhythmus draußen bin Und ja deswegen kann ich halt mit anderen Let's Playern zur Zeit gar nicht aufnehmen Weil halt einfach die wenig Zeit haben Aber sich hier nur stillspeigend anschweigen Ist natürlich auch nicht die Aufgabe eines Let's Players Deswegen habe ich mir auch einige Themen rausgesucht Über die sprechen möchte ich mir ziemlich drei Folgen auf Vielleicht kommt in der vierten Folge Andere Let's Player hinzu Werde ich mal gucken Weil ich nach den drei Folgen erstmal eine Aufnahmepause machen muss Es gibt ja noch andere Spiele die ich aufnehmen muss Und ja Und ich habe natürlich noch andere Sachen zu tun Jedenfalls habe ich trotzdem einige Themen rausgesucht Über die wir vielleicht in diesen drei Folgen sprechen können Und die Attacke ging natürlich daneben Der Typ kommt mir ernst auf die Bauchtrommel Yeah Bitte stirbt Das gibt es doch nicht Alter ich glaube ich hole ihn gleich Giga-Sauge raus Äh rein Auch wenn er natürlich Schockwelle reinmachen könnte Ja man es ist immer noch so Dieses große Problem Was Was gebe ich ja Giga Soll ich Fluch drin lassen Oder soll ich Fluch rausnehmen Manchmal hat es mir ja geholfen Und manchmal nicht Und Donner ist halt auf der Zeit auch halt richtig kacke Äh Zurück zum Thema Wie gesagt Ich habe mir einige Themen rausgesucht Und über die möchte ich natürlich jetzt auch sprechen Donner Und das trifft jetzt endlich auch mal Cool Ja und zwar möchte ich Oh One-Hit-KO Und beginnen möchte ich mit dem Thema Digimon Adventure Tree Ja erstmal Was ist Digimon Adventure Tree Erstmal für Leute Die kein Digimon kennen Sperrt euch irgendwo ein Nein Spaß Oh Digimon Adventure Tree Ja und zwar geht es um Digimon Adventure Tree Erstmal Was ist Digimon Adventure Tree Ihr kennt doch Digimon Adventure 1 Das war mit Tai und Entschuldigung Argumon Die zweite Staffel war mit Davis und Femur Das ist Digimon Adventure für die Leute Die Digimon Adventure nicht kennen Das ist im Grunde genommen Digimon Adventure Was das Was für anderes kam Weil Digimon Tamar Digimon Data Square Digimon Frontier Aber Digimon Adventure streckt sich halt über diese zwei Teile Und das ist halt eine zusammenhängende Story Und bei Digimon Adventure Tree wurde halt jetzt daraus eine Trilogie gemacht Oh das ist ein Doppelkampf Ja komm Eben einfach Jedenfalls ist das jetzt aus dem Double jetzt eine Trilogie geworden Digimon Adventure Tree behandelt im Grunde genommen die alten ersten acht Hauptcharaktere Das heißt ich hoffe ich kriege sie zusammen Moment Tai Tai Matt Sora Mimi TK Joey Kari Verflucht Moment Tai Matt TK Sora Mimi Joey Issy Kari D TK 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 EVETL TK Aber Digi-Ritter hießen die aber Kam halt noch 9. Digi-Ritter hinzu Fragt mich jetzt aber nicht, wie das Mädchen hieß Ist ein Mädchen, was ich übrigens spoilern kann Ja Und jedenfalls über diese 9 geht's halt Es spielt ein paar Jahre nach der 2. Staffel Weil das sieht man vor allem sehr gut An dem Digi-Vice von TK und Kali Die haben nämlich dieses neue Digi-Vice Und die anderen haben nur noch dieses alte Digi-Vice Aber man kann auch vorspoinern Sowas wie Davis und die anderen beiden Aus der 2. Staffel sieht man übrigens nicht Warum, weiß ich nicht Aber der Hauptmerk sollte in Digi-One Adventure 3 Hauptsächlich auf die Auf die Hauptcharaktere der 1. Staffel gelegt werden Oh, das gibt's nicht Jetzt werde ich doch schon wieder angerufen Auf dieses ist halt der Hauptmerk Und Digi-Mon Adventure 3 ist halt Eine richtige neue Staffel Die aber, man dachte erst, dass die in Folgen kommt Aber dann wurden wir doch ein bisschen überrascht Nämlich Digi-Mon Adventure 3 kommt nicht in Folgen Sondern in Filmen Wenn ich genau informiert bin In 3 oder 4 Filmen Das kann ich euch aber nicht zu 100% sagen Ob das 3 oder 4 Filme sind Am 23.11.2015 kam dann tatsächlich der erste Film Und zwar Digi-Mon Adventure 3 1 Das hat keinen besonderen neuen Namen bekommen Das heißt einfach nur Digi-Mon Adventure 3 1 Die kann man sich auch mittlerweile im Internet angucken Habe ich natürlich gemacht Am 22.2015 kam es, oder? Doch, am 22.02.2015 kam es Es war am Sonntag Es kam tatsächlich auch Also hauptsächlich kam es in Japan Es kam aber tatsächlich auch im deutschen Raum Und zwar per Live-Übertragung über Animax Diesen Anime-Sender von Sky Leider habe ich keinen Sky Deswegen konnte ich nicht da gucken Ich habe mir aber im Internet nachgeholt Ihr könnt euch den auch im Internet nachholen Wenn ihr Digi-Mon Adventure 3 findet Werdet ihr aber 4 Episoden finden Und nicht direkt den Film Sondern ihr findet die 4 Episoden Ich weiß nicht wie das bei Animax wurde Ob das direkt gleich hintereinander in einem Film gezeigt wurde Oder auch in 4 Episoden Keine Ahnung Für die Leute die vielleicht Animax haben Die können mich da vielleicht mehr informieren Wie das da ausgestrahlt wurde Ich weiß es nicht Ich habe leider keine Animax Ich habe das im Internet nachgeguckt Ihr könnt euch das wie gesagt auch im Internet angucken Wo ihr das gucken könnt Kann ich euch natürlich nicht sagen Ich kann euch hier keine Links oder so geben Das müsst ihr schon selber suchen Ich denke mal Ihr wisst, dass diese Verbreitung einfach illegal ist Gibt einfach mal bei Google Suche ein Und ihr werdet locker einige Links finden Oder wo ihr ansonsten Animes guckt Also da wo ich Anime gucke Da war ich gleich schon am Montag drin Digimon Adventure Tree Konntest du schon direkt nachgucken Ist aber tatsächlich auf Japanisch Fragt mich aber nicht Ob das die originalen japanischen Synchronsprechern sind Ich kenne nur die deutschen Synchronsprecher Von Digimon Adventure Also von Tai und die anderen Die japanischen Synchronsprechern sind Weiß ich gar nicht Aber es hörte sich schon originalengetreu an Wenn ich mal so sagen darf Aber ob das wirklich alle originalen Synchronsprechern sind Don't know Da wollte ich mich auch noch im Internet nachgoogeln Ob das jetzt die originalen waren Oder Was hier jetzt neue waren Keine Ahnung Müsst ihr euch einfach mal ein bisschen im Internet informieren Ich wollte mich da auch noch im Internet informieren Ob das die originalen sind Oder Ob das vielleicht neue sind Ach, da muss ich mal gucken Ja, ähm Habe ich schon gesagt Doch, das habe ich schon gesagt Dass das einige Jahre nach Digimon Adventure 1 spielt Ihr müsst es euch einfach mal angucken Ich möchte jetzt gar nicht über die Story spoilern Das ist klar Lass ich nicht über die Story spoilern Ich denke mal Dass vielleicht einige von euch das auch gucken wollen Wollt vielleicht Keine Ahnung Ob ihr vielleicht Digimon Fan seid Also ich für meinen Teil bin ein großer Digimon Fan Digimon gehört zu meiner Kindheit Also vor allen Dingen Digimon Adventure 1 Und 2 war eigentlich Ganz klar zu meiner Kindheit Das ist halt meine Meine alte Kindheit Und das habe ich damals geliebt Und habe es sehr gerne geguckt Muss ich sagen Und war dann auch Bei der Ankündigung richtig happy Als das angekündigt wurde Digimon Adventure 3 Der Film War ich eigentlich richtig happy Und habe die Serie auch wirklich genossen Weil Wenn ihr euch das anguckt Solltet ihr auch vor allen Dingen Auf die Hintergrund Musik hören Also wer Digimon Adventure geguckt hat Der wird da einige Tracks wiederfinden Es gibt Aber ich kann euch sagen Dass diese Tracks nicht originalgetreu sind Also es sind nicht genau die gleichen alten Tracks Sondern es sind schon die alten Tracks Halt aber trotzdem ein bisschen aufgebessert Es klingt moderner Aber trotzdem hat es diesen alten Flair Es ist eine coole Mischung Muss ich sagen Es ist nicht wirklich dieses Ganz alte Gedöns Sondern es ist ein bisschen Ja moderner Auch ein bisschen poppiger Ihr müsst einfach den Anime gucken Und die Hintergrund Musik Und euch ein bisschen anhören Es hat schon diesen alten Flair von damals Aber es ist halt schon Man hört trotzdem schon raus Dass es etwas anders ist Als das damalige Hört es euch einfach mal an Hört euch einfach jede Hintergrund Musik an Und ihr werdet verstehen Was ich meine Jetzt merkt man auch vor allen Dingen Beim Intro Also allein ihr müsst euch mal das Intro angucken Das kann man sich glaube auch auf YouTube mal anhören Das Intro von Digimon Adventure Tree Da merkt man es eigentlich auch wirklich sehr gut Dass es halt wirklich diesen alten Flair hat Aber trotzdem Es klingt einfach moderner Ist wirklich ein bisschen schwer zu beschreiben Finde ich Es gibt einfach nicht Dieses Diese nervige Telefonnummer Ich bin Du kannst mich mal Wir sind ja dabei zu trainieren Ich fand den wie gesagt Wirklich gut gelungen Den neuen Anime Auch wenn ich sagen muss Dass die Charaktere vom Aussehen Mir nicht gefallen ist Es sind zwar die alten Charaktere Aber ich muss vor allen Dingen Sagen Dass das Design Von Mad nicht gefallen hat Gefallen hat Im Japanischen habe ich mitbekommen Heißt das tatsächlich nicht Mad Sondern Yamato Auch einige andere Charaktere heißen anders Decay wird zum Beispiel auch nicht Decay ausgesprochen Sondern mit seinem kompletten Namen Taiichi oder wie auch immer Aber die Digimon Namen sind wirklich Das was man kennt Also Biomon Und Argumon Und Argumon Und Greymon Das sind schon wirklich Die originalen Namen Die man auch aus der deutschen Staffel kennt Bisasamen Irgendwann macht man das Bisasamen kaputt Also wenn ihr das euch wirklich anguckt Dann seht ihr auch wirklich schon Die originalen Namen Die man auch aus dem deutschen kennt Also das finde ich auch schon cool Dass man da wenigstens nicht die Namen versetzt hat Zum Beispiel Argumon Es gibt ja zum Beispiel einige Serien und Filme Wo tatsächlich auch einige Namen Einfach ins deutsche übernommen werden Was ich persönlich doof finde Weil ich finde einfach Man sollte schon japanische Namen Beziehungsweise auch Namen für Charaktere einverlassen Weil es Und sonst Wenn du denn ins japanische guckst Denkst du dir Hä Was für Digimon sind das Vor allen Dingen Wer die erste Wer die ersten Ja doch die erste Folge kennt Der wird da auch schon einige coole Dinge sehen Zum Beispiel kann ich auch spoilern Man sieht zum Beispiel Kuwagamon In den allerersten Folgen Der taucht da zum Beispiel auf Also wer die erste Folge gesehen hat Von Digimon Der kennt Kuwagamon Dieses riesige Scherenfieb Ich würde euch einfach empfehlen Den Anime mal zu gucken Digimon Adventure 2 Ich weiß nicht wann der zweite Film kommt Das kann ich euch gar nicht zu 100% sagen Da wollte ich noch nachholen Was weiß ich Ich glaube aber Anfang nächsten Jahres Soll der zweite Teil kommen Ob der von Animax auch läuft Ist bisher noch nicht klar Und da ist übrigens noch Suicune Suicune Und natürlich kommt Eusine Mal wieder zu spät Da bist du ja Aber dieses Mal schaffe ich es wirklich Ich bin den ganzen Weg bis hierher gereist Und weiß nun wieder etwas genauer Wo Suicune hin will Eigentlich würde ich mein Wissen ja für mich behalten Aber vor dir Vor Suicune will ich ganz offen sein Daher will ich dir einen kleinen Hinweis geben Suicune bevorzugt nördliches Nördliche Ufer Und luftige Höhlen Dort soll man dieses Pokémon angeblich begegnen können Wo genau das sein soll weiß ich selbst auch nicht Es wird also ein Weglauf zwischen uns beiden Wer es zuerst herausfindet Ja der gute steht jetzt weiter da Und wir dürfen weiter Ja ein legendäres Pokémon Suicune ist hier Also ist ja in dem Spiel Und das können wir halt fangen Es ist kein Wander Pokémon Wie Entei und Raikun Das ich persönlich besser finde Die Folgen werden übrigens Wie ich schon mal in der letzten Folge gesagt Ein bisschen länger Weil wir halt ständig nur gegen Idioten kämpfen Und das halt Die ganze, ganze Zeit Ihr könnt einfach mal in die Kommentare schreiben Habt ihr Digimon Adventure Tree gesehen? Und wenn ja Was sagt ihr dazu? Hat es euch gefallen? Wie hat euch das Design gesagt gefallen? Ich finde das neue Design von Matt allein noch ein bisschen grof Ich finde auch das insgesamt Die Designs von den Charakteren Persönlich nicht gut Von Agumon Also von den Digimon finde ich Die Designs deutlich besser Aber von den Hauptcharakteren Keine Ahnung Ich finde sie irgendwie komisch Die sehen irgendwie strange aus Sieht irgendwie komisch aus Hab ich das Gefühl Stimmt Wir müssten ja eigentlich Grind AP leveln Weil der Herr sich bald entwickelt Gut auf Level 1,5,2,5 Irgendwie so um den Reh Entwickelt der sich doch Weil Wir müssten den eigentlich 4 leveln Ja Ich bin natürlich logischerweise Wieso Schreibt mir mal eure Meinung Also ich werde die Serie weiterhin verfolgen Das ist klar Ich bin großer Digimon Fan Auch wenn ich die letzten Digimon Serien nicht so gut fand Wie zum Beispiel Allein Also ich finde zum Beispiel Frontier Datasquare Das gibt es einfach nicht Die nerven so sehr Also ich persönlich fand Jetzt Datasquare Frontier Und Fusion hieß das ganz neu Wow Digimon Fusion Hieß das ganz neu Das fand ich persönlich Relativ doof Also das habe ich nicht gemocht Das fand ich persönlich Doof Aber viele sagen noch Frontier Ist wirklich noch genial Aber ich fand Digimon Frontier Wirklich persönlich doof Da Ihr wisst schon Da wo sich die Digi-Ritter selbst In Digimon Verwandeln Das fand ich dämlich Ich fand dann noch Digimon Tamos Konnte man sich noch geben Das ging doch in Ordnung Frontier Datasquare Fusion Fand ich persönlich kacke Jude Fusion Habe ich nicht alles gesehen Wow Das war knapp Und bei Digimon Datasquare Habe ich 95% der Serie gesehen 95% Also ich habe nicht alles gesehen Aber einen sehr großen Teil davon Aber Das fand ich nicht so cool Ich fand die alten Staffeln einfach Deutlich besser Also die neuen Staffeln Fallen überhaupt Eigentlich gar nicht Fusion war jetzt auch wieder so Ich bin gedacht Wirklich Es geht wirklich In ein Gebiet Wo es einfach nur schlecht Er nicht sein kann Schreibt mir mal eure Meinung Was war eure Lieblings Digimon Staffel Meine war tatsächlich Die zweite Also Digimon Adventure 2 Das fand ich am coolsten Weil mein Lieblingscharakter Davies und Dämon Sind eigentlich dabei Mein Lieblingsdigimon Ist eigentlich Immer noch Palermann Das finde ich immer noch cool Keine Ahnung Ich weiß nicht Warum eigentlich Ich finde Palermann Irgendwie Am stylischsten Ihr wisst schon Die Fusion Die Fusion Aus Ex-Vimon Und Stingmon Genau Von Davies Und wie hieß der Andere Ich weiß es nicht Aber ich kann euch wirklich Empfehlen Wenn ihr wirklich Die erste Staffel Von Digimon gesehen habt Guckt euch Digimon Adventure Trip an Ihr müsst nicht alles Angucken Aber guckt es euch Einfach mal an Und vor allem Man hört einfach Auf selten Grund Und sich Dieses alte Flares Ich habe da wirklich Schon ab und zu Gänsehaut bekommen Weil halt Wirklich viele alte Tracks Übernommen wurden Es gibt natürlich Auch logischerweise Neue Tracks Da hat man auch schon Die eine oder andere Gehört Die ging eigentlich In Ordnung Also die Warn ist nicht Komplett Fehlen am Platz Und warum Kriege ich Ein schon hier Wieder ein Verdammtes Nerviges Gesteins Pokémon Wenn ich Ein Gesteins Pokémon Schon vorne hab Unglaublich Kroni-Therap Du hast nicht Grad viel Glück Gleiche gilt Auch für Ihr Digga Nicht wahr So Drohnenhieb Sehr effektiv Könnt ihr ihn Runhitten Ihr seht Die Level Von den Gegnern Sind auch nicht Wirklich hoch Deswegen Ist das hier Einfach Keine wirklich Herausforderung Und deswegen Kann man auch Ganz locker Und leicht Über andere Dinge Sprechen Obwohl Diese Tränen Einen wirklich Nerven Mit den Telefonnummern Boah Sorry Aber das Geht mich so Auf den Keks In diesem Spiel Wie oft Diese Charaktere Einfach nach Telefonnummern Das kommt So oft Das nervt Also ich kann euch nur sagen Wenn ihr die Die ersten Schaffung von Digimon Gesehen habt Guckt euch Echt Digimon Adventure Schühe an Das empfehlen es Aus meiner Sicht Flohmel Normal Ich werde dieses Flohmel Noch besiegen Also die Trainerin Besiegen Und dann werde ich Hier auch Erstmal einen Cut Setzen Wir sind jetzt Ich glaube schon Bei 6 Ja doch 27 Minuten Ich muss noch Am Anfang Ein bisschen was Rausschneiden Aber sonst Sind wir bei 26 Minuten Ich glaube Das reicht Erstmal Für die erste Folge In der nächsten Folge Sehen wir uns Wieder Also bis dahin Leute Und Ciao Ciao